Unsere Welt verändert sich. Alles, was möglich sein kann, wird auch möglich sein. Die elektrische und digitale Zukunft. Wann ist sie richtig? Wo es Alternativen im Handeln gibt? Braucht Handeln Ideale? Sicherheit, die neue Wege geht. Fortschritt, der eine gemeinsame Sprache spricht. Verantwortung, die Branchen verbindet. Innovationen, die für den Menschen sind. Wir entwickeln die Ideale für eine Zukunft, die jetzt und hier entsteht. In einem einzigartigen Verband aus Forschung, Wissenschaft, Industrie, Sicherheit und Bildung. Wir gestalten eine lebenswerte Zukunft. Elektrisch, digital, für alle, mit Idealen. Wir gestalten die ideale Zukunft. Machen Sie mit. VDE VDE AGNцы Vielen Dank.